Let's Dance, Tanzpaar Philipp Boy und Patricia Ionel im Portrait. Alle Infos Patricia Ionel und Philipp Boy treten als Tanzpaar 2023 gemeinsam bei Let's Dance an. Infos und weitere Details über das Tanzpaar liest du uns. Patricia Ionel wird in der 16. Staffel der RTL-Show Let's Dance als Profi zu sehen sein. Ab dem 17. Februar 2023 wird sie gemeinsam mit ihrem prominenten Tanzpartner Philipp Boy auf dem Parkett stehen und ihr Können unter Beweis stellen. Das Paar tritt gegen 13 weitere prominente Tanzpaare an, darunter auch Model Anna Ermakova und ihr Tanzpartner Valentin Lusin. Die beiden wollen alles geben, um den Titel Dancing Star 2023 zu gewinnen. Hier erfährst du mehr über Patricia Ionel und Philipp. Wer ist Philipp Boy? Philipp Boy wurde am 23. Juli 1987 in Schwedt an der Oder geboren und wuchs in der Uckermark auf. Er begann seine Tourenkarriere beim TSV Blau-Weiß 65 Schwedt und gehörte der Sportfördergruppe der Bundeswehr an. Als Geräteturner wurde er einmal Europameister und zweimal WM-Vizemeister. Obwohl er als vielversprechender Gold-Olympionik galt, beendete er seine Karriere mit nur 25 Jahren aufgrund einer Verletzung im Finale. Nach seinem Rücktritt als Turner wurde Philipp Boy ein selbstständiger Finanzdienstleister in Berlin und beriet auch andere Sportler Sternchen innen. 2016 nahm er an der Fernsehshow »Dance, Dance, Dance« teil und gewann mit seinem Tanzpartner das Finale. Später belegte er den zweiten Platz in Ewige Helden und gewann das Ninja-Warrior-Promi-Spezial mit anderen Prominenten. In der Sendung »Showtime of my Life – Stars gegen Krebs« zog er sich für den guten Zweck aus. Im Jahr 2022 nahm Philipp Boy am RTL-Turmspringen teil und gewann den ersten Platz im Einzelspringen. Seine frühere Karriere als Turner half ihm dabei. Die neue Herausforderung zu meistern. Die ModeratorInnen Laura Wontora, Frank Buschmann und Jan Köppen berichteten aus der Berliner Schwimm und Sprunghalle des Europasportparks. Wer sind Patrizia Ionel und ihr Ehemann? Seit über zweieinhalb Jahren sind Patrizia Ionel und Alexandru Ionel ein glückliches Paar. Beide wurden durch ihre Teilnahme an der RTL-Show Let's Dance – bekannt. Doch sie sind nicht die einzigen Traumpaare, die die beliebte Tanzshow hervorgebracht hat. Alexandru ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Tänzer und konnte bereits den Titel des deutschen Vizemeisters im Standardtanz gewinnen. Neben seiner erfolgreichen Tanzkarriere hat er zudem ein Zahnmedizinstudium absolviert. Zusammen mit Patrizia hat er nun eine Familie gegründet und unterstützt sie bei ihrer Teilnahme an der neuen Staffel von Let's Dance. Untertitelung des ZDF für funk, 2017